Hätte sich eigentlich einen Treffer, dann guten Auftritt heute verdient. Wer sagt denn? 3 zu 0, 63. Minute, der Zohohüter legt sich nieder wie eine Bahnschranke. Also exklusiv war dieser Rettungsversuch ganz sicher nicht. Aber der Ball hat auch ganz genau gepasst. Der Ball von Marcelo Diaz, der hier also seinen ersten Pflichtspieltreffer für Basel schießt. Ball definitiv haltbar. Und trotzdem, Marcelo Diaz darf sich freuen. Schön gezwirbelt. Ball passt nicht schlecht. Und trotzdem, ein guter Torhüter holt diesen Ball aus dem langen Eck. Marcelo Diaz.